Willkommen zurück bei Father & Son Play for Fun und heute ne schöne Runde am Samstag. Ach, und dann gucken wir mal, was machen wir heute schönes. Ackerminze muss ich glaube ich sowieso sammeln. Ah, okay, aus der Hüfte. Saftiges Fischfilet habe ich ja selten, ich muss nie Kastanienschwämme sammeln. Seidenpflanzen, okay, gut, Hagreier, das sind so Fleißaufgaben. Adlerauge benutzt, gesuchte Person geplündert und Kopfgeld abgeschlossen, ohne einen umzulegen. Ah, Distanz mit dem Lieferwagen, Versorgungsmission, okay, an örtlichen Käufer, ja, könnte ja mal was werden. Landkarte für Sammlerstücke, drei Stück, Halleluja, sechs Stück und die Wildblumen. Ah, drei Missionen, oh, selbst eintrinken, das kriege ich hin. Und zweimal was verschnackt. Tiere wecken, legendäre Tiere fotografiert, Tantonica, man, man, man. Ja dann, fangen wir nochmal damit an, oder? Dann gucken wir mal, wie weit ist er, das kann auch dauern. Oh, da hinten haben wir schon den ersten Kandidaten. Dann machen wir uns mal lecker was zu essen. Und jetzt ist die Frage, achso, ich glaube, ich müsste auch mal Munition abholen, ne? Denn, ja klar, aber nichts mehr. Dann vielleicht sammeln wir nochmal eben den ersten Kandidaten ein. Wir müssen hier kurz ein bisschen das Mikro richten, so. Wo wir gerade hier sind. Da ist nix. Ah, jetzt ist die Frage. In der Mitte ist der Kollege. Wenn wir jetzt nur die Pferde killen. Ich hatte gehofft, dass er flüchtet hier. Jawoll, der Kollege flüchtet. Und dann, gucken wir mal. Woher kommt hinterher der andere? Dann muss ich nur das Pferd erschießen. Das ist nicht so einfach. Ich will ja nicht ihn töten. Sondern nur das Pferd erwischen. Und selbiger Trick. Wollte hier eigentlich gelingen. Denn wir wollen ja niemanden töten hier. Bleib locker. Wisst ihr was? Da habe ich überhaupt kein... Also das hier mit dem Auto eben, ne? Gut, die Richtung ist jetzt nicht, ne? Ist ja die richtige Richtung Strawberry wollen wir. Das passt dann schon. Mann, Mann, Mann. Vielleicht so ein Stress am Anfang hier. Dann bleib locker. Dann wollen wir mal. Immer diese bösen Schimpfworte hier. Aha. War ja nicht was mit Fotografieren. Wo ist denn der? Da hat man ihn nicht mit drauf. Da ist er. Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Was ist der denn? Sag mal. Der ist ja schneller als ich dachte. Da ist er. Und dann verliere ich den immer aus dem Auge. Meine Güte. So. Tierchen fotografiert. Was war das noch? Bedäubte Tiere geweckt. Alles klar. Können wir auch andere nehmen. Jetzt bringen wir erstmal die Dame hier nach Strawberry sonst. Befreit die sich gleich. Oh, richtig gutes Wetter hier im Nebel, oder? Was mach ich denn hier? Wir sind schon so lange unterwegs. Sie befreit sich gleich. Achso, Kamera wegpacken vielleicht mal. Aber wenn ich ihn ja schnell als Lasso ziehen muss, dann wird er nämlich nix. Ugly Toad. Da zieht sich doch ein bisschen hier der Weg, ne? Oh, 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 oh. Hätte ich es wieder beinahe geschafft hier. Da war auf jeden Fall irgendwas. Ich denke eine Taoka hatte. Hier ist auch noch irgendwas. Aber jetzt liefern wir sie erstmal ab. Da ist das Kopfgeld abgeschlossen ohne einen Gegner oder eine Zielperson zu töten. Irgendwo hier vibriert's. Oder ist das hier in diesem Hotel? Hier unten ist es nicht. Das finde ich jetzt ja immer ein bisschen nervig, ne? Ich hoffe, dass es hier ist. So sieht... Kann ich ihn nicht nehmen. Das kann ich immer nehmen. So. Ich muss ihn hier mal laufen. Sammlerstücke, sechs Stück. Hier runter gucken. Da ist heute keine Flasche. Und da ist die Taoka hatte. Nein, nicht aufs Pferd. Boah. Boah, wenn ich das Wetter schon wieder sehe, da wird mit kalt. Nein, 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 nein. Ihr merkt's. Ich bin heute nicht mehr ganz fit hier. Erst gearbeitet, einkauf. Ich mach's ja nicht so gerne. Ich hätte Bananana-Begriff benutzt. Aber das ist ja echt nicht so meins, ne? Aber hilft ja nix. Oben hoch ist da jemand. Hilft ja nix, ne? Man muss ja einkaufen sonst. Hier wird nichts zu essen. So, was machen wir jetzt? Das ganze Zeug hier sammeln. Ja, da machen wir nachher ein bisschen was. Kopfgeldjäger haben wir ja schon, ne? Das eine fertig. Das kann man auch noch schaffen. Distanz mit dem Versorgungsmissionen müssen wir vermutlich sowieso gleich machen. Ja, dann müssen wir Wandelland-Karte nutzen. Das hilft ja nix. Dann nehmen wir mal für Wildblumen. Das ist ja alles schön verteilt hier. Aber nun gut. Irgendwie müssen wir den Samstag ja rumkriegen. Boah, wenn ich das echt sehe, wird mir kalt. Ich zieh mich um hier. Was haben wir da? Ach ja, das sieht doch ganz gut aus. Hier irgendwo ist ne Pflanze. In dieser Gegend bin ich ja sammlertechnisch eher selten unterwegs. Ich bin ja hier Herrn Schulze aber mal richtig abgelegt. So, können wir sowieso mal gucken was hier wächst. Tümi an. Können wir auch noch gebrauchen. Aber wo ist das Pflänzchen? Da klimpert's doch. Da. Da. Also genau... hier. Hm. So, was wächst denn sonst noch so? Schafgabe habe ich auch immer zu wenig. Aber ich finde die Klamotten nicht so mal. Bis auf den Hut ist das ja auch ganz schick, ne? Kann man nicht meckern. So, das nehmen wir auch noch mit. Wechseln wir mal eben den Hut. Was ist jemand denn da? Hm. Keine Ahnung. Was ist das denn hier? Auch nicht schlecht. Ah, da hätte ich es beinahe wieder, ne? Übertrieben hier. So, weiter geht's. Das nächste Pflänzchen. Das Wetter wird ja auch besser. Was haben wir jetzt? 13 Grad. Ja, so langsam wird's was, ne? Uh, der Schwarzgebrannte ist fertig. Dann fahren wir gleich die Ladung auch noch weg. Oh, 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 oh. Da war ich etwas abgelenkt. Habt ihr den Punkt gesehen? da unten diesen meint ich ja können wir uns hier nicht gehen lassen hier so ruft damit und weiter geht's ach ist das schön über die map hier zu reiten oder entspannung so ist die waffe eigentlich so übel warum ist ja nicht sofort hinüber gewesen der fuchs da also ich liebe das wirklich hier durch die virtuelle natur zu reiten ist einfach für mich entspannung so wächst da dinge nie steigen wir lieber ab jetzt ist die frage ist das hier oben oder also ist das da oben oder ist das mehr hier unten das muss da oben sein hier kommen wir glaube ich nicht hoch da ist das ja war das auch schon so wo ist das andere ja ja alles klar nöt dann wo man das die markierung weg und mal eben ob da noch irgendwie netter karte ist scheint aber nicht der fall zu sein detektor aus manchmal ist da ja noch was auch nicht so was haben wir da stock enden brauchen wir auch nicht kannst du in der nähe von gegnern kein lager aufschlagen hier sind keine gegner quatsch erst mal zur schwarz brennerei schade hier ist nix dann gucken wir mal jaja genau jetzt wärmen wir uns erst mal auf und trinken ein ist ja schließlich samstag heute so und gold gibt es auch noch dafür und jetzt fahren wir mal die ladung weg oder auch nicht also wenn wir hier keinen käufer haben der geld gibt das zeug ist uns 225 tacken wert dann fahr ich's nicht weg da verbrenne ich die kohle nicht sehen hier ein dann nicht dann holen wir uns hier das pflänzchen und dann machen wir gleich einfach die nächste karte auf aber das mache ich nicht hier den schwarz gebrannten verschenken das ergibt ja überhaupt keinen sinn habe ich wieder kurz woanders hingeguckt und schon ach so wir haben hier betäubungsmunition raus vielleicht finden wir gleich noch ein grisli bären hier dann können wir den nicht a nicht nur betäuben und wecken sondern anschließend auch ein Tantonicum raus herstellen was hat mein pferd heute hier also hier ist eigentlich immer ein grisli bär oder nicht klar nur heute nicht so da hinten haben wir erstmal noch ein paar vogel da ja und ein schwarz bärchen aber die nehmen wir noch mit und die ganz rupfen auch die gab es ja hier quasi geschenkt so und durch die vielen vogeleier haben wir die sechs sammler stücke schon in der tasche und jetzt holen wir uns eben das letzte pflanzchen von der karte da steht der busch und dann wissen wir direkt wo die madame ist so wo ist die gute oh heute ist sie hier ganz unten da wird man dann wohl hin müssen so wir müssen noch eine karte aufmachen dann nehmen wir mal vogeleier am besten natürlich nicht habe ich keinen bock drauf schnappsfläschchen was ist denn verschieden was ist denn verschieden ich nehme mal verschiedenes ja das ist ja erstmal gut hier das ist doch leicht abzukaspern und vielleicht treffen wir noch auf den grizzly bären da höre ich ihn doch ja das pferd hat trotzdem kein bock es geht ein bisschen in die andere richtung so probe ziehen können wir hinter antonicum heraus herstellen und wiederbeleben müssen wir ihn auch aber das auch schon mal erledigt so und jetzt ist die frage was suchen wir überhaupt gefühl wo das so hier schneller aha nächste markierung was suchgebiet für habe ich nicht drauf geachtet ist auch egal so uns im sack ja ich weiß so ein bisschen querfelder ein das kann schief gehen muss aber nicht gut es ist schief gegangen was das pferd schon alles mitgemacht hat oder so eben hier den wegpunkt einsammeln wer weiß wie viele man davon hat kann ich hier eigentlich auch streicheln ja sie ja oh die sind auch schick die huskies ne aber die wollen irgendwie gar nicht so jetzt aber nö nö will ich ziehen der gibt's doch gar nicht irgendwie mal hier so einen fremden hund schleichen können nö Knopf kann nicht drücken, passiert aber nix. Ja dann, punkt, punkt, punkt mich doch an die Füße. So, hier ist heute auch nix. Dann holen wir uns das letzte Teilchen. Das ist heute hier unten. Was gibt's hier heute für verlorenen Schmuck? Dann machen wir die nächste Karte auf. Dann haben wir das Aua erledigt, so wie heißt das denn dann nochmal, so heißt es glaube ich. So, dem Kollegen wird warm. Haben wir gerade gesehen. Dann ziehen wir uns wieder oben. Was ist das? Ja. Das passt. Ah, Moment mal, da brauche ich doch hier bestimmt das hier. Stimmt hier an dem Baum, oder? Jawoll. Also genau hier am Baum. Da. Auch durch. Und dann machen wir jetzt die Karte auf. Für egal was. Wurscht. Hauptsache ist, wir haben eine Karte aufgemacht. Okay, da könnten wir natürlich noch eine abholen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und die holen wir uns vielleicht auch noch, dann haben wir nur eine offen fürs nächste Mal. Dann checken wir mal eben. Was fehlt uns noch? Drei Sachen brauchen wir noch. Tiere wecken. Tantonicum. Da sind schon zwei. Ja. Sammler ist durch. Und Händler. Machen wir gleich. Dann machen wir vielleicht als erstes mal eben so ein Tierchen fit. So, ich werde ja wohl jeden Augenblick einschlafen. Dann machen wir jetzt erst das Tonikum. Dann machen wir jetzt erst das Tonikum. Dann machen wir jetzt erst das Tonikum. Oh, erledigt. Dann machen wir jetzt erst die Versorgungsmission. Oh, 100 Gegenstände hergestellt. Oh, da haben wir erst noch einen Kandidaten, den wir mal hinplündern müssen. Zeige ich euch mal eben. Also. Kopfgeldjäger. Besuchte Person geplündert. Das heißt. Wir müssen ihn nicht mal lebendig fangen. Ähm. Hee. Bye. Kann man den nicht einfach irgendwie versenken, wie war das denn? Und dann holen wir uns gleich erstmal die Schnapsbulle, weil wie gesagt, wir müssen ihn ja nur plündern. Dann können wir die Zeit auch so runterlaufen lassen. Ah, hier schwimmt der nicht weg, ne? Ich muss den irgendwie loswerden. Ich will den gar nicht abliefern. Der haut nicht ab hier. Wie werde ich den, wo werde ich den am besten los eigentlich? Das ist hier alles nicht tief genug. Ach, was soll's, Junge, die Schnapsbulle. Die Herausforderung ist, ich kann jetzt nichts anderes annehmen, ne? Also keine Versorgungsmissionen. Aber ich könnte Ackerminze sammeln. So, was wächst denn hier alles so? Ja, da ist er doch schon. Lass ich die Zeit doch einfach runterlaufen, was soll's denn? Was wächst hier? Haben wir schon. Oh, kann ich auch gebrauchen. So, und dann gucken wir mal eben. Ja, also Kastanien schwimmen, die kann ich mir nicht merken, wo das Zeug wächst. Seidenpflanzen. Ja, gut. Können wir nachher noch in die heiße Ecke da. Schauen wir mal. Ja, dann sammle ich hier doch einfach erstmal andere Kräuter und so. Was soll das denn? So, da hinten wächst, glaube ich, auch noch Ackerminze. Aber hier blinken zuerst mal. Nehmen wir das auch mal mit. Zeit läuft runter, alles gut. Ich hoffe, dass das hier Ackerminze ist. Jawoll. Ja, besser kann man ans Gold ja nicht kommen, ne? Jo! So, und jetzt gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wie tief das Wasser sein muss, dass man die da einfach versenken kann. Da muss die Fließgeschwindigkeit stärker sein. Ich muss hier nur loswerden, dann kann ich die Versorgungsmission starten. So. Denn ich denke, ich kann jetzt nicht starten. Doch. Nein. Nein. Nee, geht nämlich nicht. Ich könnte Materialien spenden. Das kann ich ja machen. Das, was ich so nicht brauche hier. Und dann bestellen wir gleich einfach. Das geht nämlich auch nicht. Ja. Dann esse ich doch nochmal eben was. Oh, essen kann ich auch nicht. Hm. Dann streichle ich den Hund nochmal. Aber wie wird man solche Kopfgerl-Jungs los, wenn man die nicht braucht? Wo muss man die hinschmeißen, dass sie weg sind? Der hängt hier irgendwo, ne? Der hängt hier echt fest. Da liegt er. Ist die Fließgeschwindigkeit nicht hoch genug? Oder gehen die einfach irgendwann unter? Oder gehen die einfach irgendwann unter? Nee, die gehen einfach unter wie so nasser Sack. Ich will den eigentlich nur loswerden. Kann ich dem Typen den einfach aufs Pferd packen? Mann, der... Hahaha. Ich will den jetzt auch nicht groß erschrecken. Ich will ihm das eigentlich nur aufs Pferd schmeißen hier. Das gibt's ja nicht. Aber ich bin zu langsam. Ich kann den auch nur ablegen. Jetzt ist es eh gleich vorbei, aber das hätte mich jetzt echt interessiert. Kann man den da drauf packen? Nee, dafür muss er stehen. Ist mir auch wurscht. Ehrlich. Die 30 Sekunden noch. Komm hier. Weg damit. Fällig. Ich weiß gar nicht, verschwindet der eigentlich einfach, wenn die Zeit um ist oder... ...und dann... ...ist die Sache erledigt. Ja, ja, komm. Bestell einfach. Wir plündern noch irgendeine gesuchte Person. Denn das checken wir mal eben, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Genau. Eine Sache brauchen wir noch. Naturkundler sind wir durch. Schwarzgebrannter. Drei Missionen. Auf gar keinen Fall. Sammler sind wir durch. Händler. Distanz mit dem Wagen. Riesen... Zwei Dinger. Nein. Kopfgeldjäger. Da. Gesuchte Person geplündert. Das heißt. Wir düsen. Dahin, wo es Seidenbums gibt. Wo war das denn hier? Emerald Ranch. Gut. Mit Pferd wäre natürlich schöner gewesen. Der Pferd konnte dich nicht finden. Ja. Jetzt aber. Ich sowas lese hier. Da ist es. Dann nehmen wir doch einfach irgendeine Kopfgeldjagd an. Und wir müssen sie nicht mal zu Ende bringen. Wer ist er denn? Ach du. Das ist in. Valentine. So. Hier gibt es aber Seidenpflanzen meine ich. Naja. Und der legendäre Bison auch noch da. Super. Auch fünf Stück? Halleluja. Da. Seht ihr das? Fragezeichen. Ne. Das ist der Rohrkolben hier. Da ist die Seidenpflanze. So. Jetzt noch eine Seidenpflanze hier. AK Minze. Ich glaub das nicht. Was wächst hier? Der Rohrkolben. Ja egal. Ist der Bison noch hier? Da ist er. Ja. Ja. Wir müssen den Typen ja nur looten. Äh nur looten. Nicht mal getroffen. Heute bin ich irgendwie. Tja. Was soll ich sagen. Kein Ziele wasser getrunken wurde. Ja. Bleib mal schön hier. Ja. Den Pelz würde ich aber gerne mitnehmen. Also heute hab ich's ja wirklich. Heute treff ich gar nix. Gibt's doch nicht. Was hält der denn aus heute? So. Dann nehmen wir das nämlich schön mit. Naher ins Lager. Spenden den Spaß. Und jetzt holen wir uns die gesuchte Person da. Ja. Was sagt die Zeit? Joa. 46 Minuten. Aber ein legendäres Tier. Ich hab ja vorhin schon den Biber da hinkommen lassen. So. Ich geh mal davon aus. Das gibt gleich ne schöne Schießerei da. Ja. Das hier ist auch so ne SIV Ecke ne. Ah. So. Dann können wir uns gleich wieder verstecken warten bis der Kollege kommt. So. Ja mal die Flinte. Flintenlaufgeschoss auch gut. So. Könnte fliehen wenn du und so weiter und so fort. nicht. Also. Wat essen. Nee. Wofür haben wir die ganze Ackerminze gesammelt na? So. Wann kommt der Kerl? Guck mal das Pferd nochmal Wien an. Aha. Ist er das? Wo ist der Kerl? So flüchtet in die Richtung. auch dahinten jetzt sagen da ist er doch so fertig der spaß können wir nicht tot hinter uns erziehen ich lasse jetzt nicht hier den teuren Pelz hier liegen ziehe ich doch wo so hinter mir her bis zum sheriff soll es wo gehen oder mein er doch gar nicht schmerzen mehr oh da oben ist auch noch eine Davokarte ach ja stimmt den müssen wir ja einfach nur hinten abschmeißen ja die neuen Rollenherausforderungen fangen wir mal durch ja finde ich auch immer gut einfach Mensch da bin ich dafür zu haben und jetzt holen wir uns die Karte auch noch und da hinten an der Scheune war ja auch noch eine so und die holen wir uns auch noch oh 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 jetzt ist aber hier hier war auch noch irgendwas ja die nehmen wir auch noch mit oh wir müssen ja nur eine Seitenpflanze finden und da hinten bin ich mir ziemlich sicher da oben ist nämlich auch noch was das lasse ich auch nicht einfach hier rumliegen das hat weh getan so dann noch ein Seitenpflänzchen eben organisieren da wächst das irgendwo meine ich auch zuhauf ein bisschen Zeit am Ende noch bevor die Stunde ja knapp sieben Minuten haben wir noch da können wir noch ein bisschen Gold mitnehmen was ist das für ein Reiher den brauchen wir nicht Tagreiher war das glaube ich oh da ist die nächste Karte ja das kann schief gehen hier ist man auch mal schnell vom Alligator gefressen noch irgendwelche Reihe da oben was ist das denn so einen Löffler brauchen wir auch nicht Seidenpflanze brauche ich oh yes Oleander Salbei oder wie heißt das Zeug top freue doch immer für diesen giftigen schwarzgebrannten hier da hinten irgendwo hier wächst doch irgendwo die Seidenpflanze ja hier natürlich nicht da 0,5 0,15 das lässt man sich doch nicht entgehen so dann gucken wir natürlich noch da hinten ob da noch was zu holen ist ne doch ein Pflänzchen auch das nehmen wir mit und die Daoka hat er den wir auch noch mit ja meine Güte die Vanilleblume nehme ich auch noch mit ja was Sammlerstücke angeht heute das hat gelohnt oder jetzt aber ab nach Hause so dann wollen wir mal gucken dann spenden wir ja noch das und das und dann können wir morgen schon in Ruhe ne Ladung wegfahren ja dann gucken wir nochmal eben über die Aufgaben 5 Stück sind noch übrig aus der Hüfte gewürzelt saftiges Fischfilet Kastanien ne komm also die Fleißaufgabe spare ich mir wir machen Schluss für heute vielen Dank für euren Besuch abonniert bitte den Kanal lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father & Son Play for Fun und bis zum nächsten Mal Ciao und zum nächsten Mal